Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Stiftung herzlich willkommen bei der OBS. Ab 17 Uhr werden wir hier zum 13. Mal den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus verleihen. Unser Preis ist zu einer festen Größe im Reigen deutschsprachiger Journalistenpreise geworden. Mehr als 700 Bewerbungen bei der diesjährigen Ausschreibung unterstreichen den guten Ruf, das seriöse Profil, die enorme Wertschätzung des Preises. Er gehört längst zum Markenkern unserer Arbeit. Um den Preis herum platzieren wir seit zehn Jahren medienkritische Studien, deren Ergebnisse wir zum Beispiel über medienpolitische Tagungen auch popularisieren. Zusammen mit dem Preis machen diese Studien und Tagungen zwar nur einen Teil unserer Arbeit aus, aber dieser Medienteil bestimmt weitgehend das Profil und das Bild der Stiftung und der Öffentlichkeit. Wir freuen uns sehr über diese Aufmerksamkeit, wollen aber dennoch gelegentlich darauf hinweisen, dass sich die OBS auch noch mit anderen Themen beschäftigt. Wandel der Arbeitsgesellschaft, Entwicklung der Zivilgesellschaft, Herausforderungen für die Demokratie, Perspektiven für die Menschen in Ostdeutschland und Europa, so heißen die Stichworte, die an dieser Stelle zu nennen wären. Liebe Gäste, heute haben wir unter dem Motto Journalismus zwischen Morgen und Grauen eingeladen. Wir widmen uns Fragen, denen wir zum Teil schon in Studien nachgegangen sind und wir greifen Aspekte auf, die in der aktuellen Mediendebatte eine Rolle spielen. Ich will zu Beginn nur einige ganz wenige Punkte zum Einstieg ansprechen und Ihnen dabei auch schon unsere Gäste kurz vorstellen. Mein erstes Stichwort, Vertrauensfrage, Glaubwürdigkeitsdefizit. Zahlreiche Studien attestieren dem Journalismus eine Vertrauenskrise. Untersuchungen sagen, dass die Medien an Glaubwürdigkeit verloren haben. Distanz bis hin zur Ablehnung des traditionellen Medienbetriebes sind längst keine Ausnahme mehr. Sie werden als Ergebnis eines Entfremdungsprozesses zwischen Medienmachern und Mediennutzern interpretiert. Journalisten, so mein Eindruck, werden immer stärker als Teil der etablierten Klasse wahrgenommen und dann als Teil des Establishments kritisiert. Statt qualifizierte Medienkritik zu betreiben, wird mit billigem Journalisten-Bashing agiert. Das ist die eine Seite und alle haben sofort das Lügenpressegeschrei von Pegida und der AfD in den Ohren. Und manche auch im Hinterkopf, dass Medienschelte zwischenzeitlich bis weit in die Mitte der Gesellschaft zu einem neuen, breiten Sport zu werden droht. Aber es gibt auch eine andere Seite. Die andere Seite ist, dass europäische Datenreihen besonders für Deutschland recht stabile und hohe Werte für Vertrauen in den Medien belegen und gegenwärtig auch die journalistische Glaubwürdigkeit wieder eher gestärkt sieht. Nicht nur empirische Analysen der Otto-Brenner-Stiftung, zum Beispiel um ein Team von Oliver Decker, können in der Tendenz sogar beide Trends bestätigen. Belegen lassen sich sowohl eine zunehmende Polarisierung in der Wahrnehmung der Medien als auch eine Radikalisierung im Umgang mit etablierten Medien. Auch wenn man sich intensiv mit den Untersuchungen beschäftigt, sich differenziert die Ergebnisse anschaut und Kassandra nicht das Wort redet, Entwarnung kann nicht gegeben werden. Es bleibt ein Unbehagen an Teilen der Medien und dieses Unbehagen hat längst auch die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender erfasst. Zu fragen ist, ob der Unmut dort in diesen Redaktionen ankommt, wie er wahrgenommen wird und wie darauf reagiert wird. Ich freue mich, dass Sonja Simor Mikic vom WDR unserer Einladung gefolgt ist. Sonja Mikic, so viel Zeit muss sein, ist der OBS besonders verbunden. In der Jury des Preises hat sie von Anfang an mitgearbeitet, sie hat viele Preisträger laudatiert, auch einige Preisverleihungen moderiert. Als Studioleiterin im Ausland, als das Gesicht und der Kopf von Monitor, als Kommentarin in den Tagesthemen und Moderatorin des Presseclubs, Frau Mikic gehört zu den profiliertesten Journalistinnen in Deutschland. Liebe Sonja, herzlich willkommen bei der OBS. Wir freuen uns, dass du da bist und sind gespannt auf deine Sicht der Dinge. Mein zweites Stichwort, Finanzierungsfragen. Das duale System der Finanzierung der Medien und des Journalismus in Deutschland, hier das über Gebühren finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, doch der über Anzeigen, Werbung und so weiter organisierte private Teil, dieses duale System hat sich meines Erachtens bewährt. Dieses duale System war ein Erfolgsmodell. Aber wie sieht die Gegenwart aus und hat es auch eine Zukunft? ARD, ZDF, Deutschlandfunk geraten immer stärker unter Legitimationsdruck, auch was die Einnahmeseite und die Ausgabenstruktur anbetrifft. Printprodukten, aber auch den privaten Sendern brechen Werbeeinnahmen weg oder verlagern sich ins Netz. Die heftigen Angriffe der Verleger auf die ARD und die politischen Attacken gegen die Tagesschau sind vielleicht nur aktuelle Vorboten harter Verteilungskämpfe, die drohen und kommen werden. Im Schatten dieses Großkonfliktes entstehen seit Jahren journalistische Projekte, die alternative Finanzierungsmodelle praktizieren. Es gibt Überlegungen, Journalismus über Stiftungen zu finanzieren und ihn gemeinwohlorientiert auszurichten. Auch die Forderung, den Zeitungsmarkt über öffentliche Förderung übergangsweise zu stabilisieren und so überhaupt erst überlebensfähig zu machen, sind im Gespräch. Brauchen wir also so etwas wie eine Demokratieabgabe für Print? Ich freue mich, erstmals bei einer OBS-Tagung Stefan Niggemeier vorstellen zu können. Wer in Deutschland das Thema Medienkritik aufruft, kommt an ihm nicht vorbei. Bildblockgründer, Ex-FAS und ehemaliger Spiegelmitarbeiter, das sind nur drei Stationen einer vielfach preisgegründeten Karriere im Journalismus. Heute ist er hier, weil er mit Übermedien einen besonderen Weg geht. Er liefert im Netz seinen Kunden Qualitätsjournalismus und seriöse Medienkritik und seine Leser, hört, hört, zahlen dafür. Lieber Stefan Niggemeier, herzlich willkommen bei der OBS. Mein drittes Stichwort, innere Vielfalt. Dass es gelegentlich einen journalistischen Herdentrieb gibt, dürfte spätestens seit der Berichterstattung über die Wulff-Affäre unstrittig sein. Auch von Rudeljournalismus war damals die Rede. Führt diese Gleichförmigkeit zu Mainstream-Medien. Medien also, die einen konstruktiven Meinungsstreit über wichtige Zukunftsfragen nicht führen, die den Trend zur Lückenpresse verstärken, einheitsbrei servieren, statt Vielfalt glänzen zu lassen. Oder anders gefragt, bilden die meinungsbildenden Journalisten und die führenden Medien noch die Realität im Lande ab? Oder sind sie schon Teil einer Wahrnehmungsglocke, weit weg von der sozialen Wirklichkeit der Republik und ohne Gespür für die Probleme und Bedürfnisse der Menschen? Mein Eindruck ist, die kritische Wahrnehmung der journalistischen Praxis ist ein unüberhörbarer Weckruf für eine gründliche Reflexion des journalistischen Arbeitsweises. Die OBS hat das im Sommer mit einer Fallstudie über die Flüchtlingskrise in den Medien gemacht. Die Studie wurde viel beachtet, auch im europäischen Ausland. Sie hat uns viel Zustimmung gebracht, aber auch ziemlich viel Ärger beschert. Ich freue mich, dass der Studienmacher, Prof. Dr. Michael Haller, heute hier Rede und Antwort steht und dass er uns teilhaben lässt an seiner zugespitzten Einschätzung der Lage des Journalismus in Deutschland im Herbst 2017. Lieber Herr Haller, schön, dass Sie mitmachen. Herzlich willkommen bei der OBS. Das vorletzte Stichwort, Ausbildungsfragen. Mein Eindruck ist, dass die großen Herausforderungen, vor denen die Branche und der Beruf stehen, einhergehen mit einer tiefen Selbstwertkrise im Journalismus. Dies scheint nicht nur Resultat des Aufschwungs sozialer Medien zu sein, sondern auch durch interne Fehlentwicklungen geprägt zu werden. Dass der Journalismus seine Gatekeeper-Funktion verloren hat, auch andere inzwischen die Agenda der öffentlichen Themen mitbestimmen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch aus ökonomischen Gründen die Grenzen zwischen Medienberufen weiter schwinden. Eindeutige Rollenzuweisungen von sogenannten Content-Lieferanten werden immer schwieriger. Was muss getan werden, damit ein solider Ausbildungsberuf nicht zu einem fluiden Medienproduzentenjob ersetzt wird? Eine Frage, die sich auch an Frau Löwig richtet. Sie ist seit dem Sommer dieses Jahres Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München. Die OBS arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich mit der Schule zusammen. Aber erstmals ist die Leitung auf einem OBS-Podium vertreten. Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder ein kompletter Jahrgang der Schule, hier Gast der OBS. Liebe Frau Löwig, herzlich willkommen und viel Erfolg und gutes Gelingen bei Ihrem verantwortungsvollen Job in München. Mein letztes Stichwort, Demokratie braucht guten Journalismus. Wer medienpolitische Entwicklungen und Diskussionen über Journalismus der letzten Jahre verfolgt hat, wird vielleicht auch diesen Eindruck gewonnen haben. Es gibt einen Trend zu einer immer stärker fragmentierten Öffentlichkeit. Was meine ich damit? Gemeint ist damit die Zunahme von isolierten Kommunikationsräumen. Gemeint sind jene Empörungsinseln, die den Nutzern den Anschein medialer Vollversorgung vermitteln. In diesen Echokammern der Meinungseinheit geht es aber nicht um Debatten, nicht um Diskurse oder nicht um produktiven Streit, sondern meines Erachtens um das Gegenteil, nämlich um die Verweigerung von Austausch und die Verteidigung der eigenen Engstirnigkeit. Wenn diese These stimmt und sich mediale Kommunikation auf Betätigungsrituale in abgeschotteten Gruppen zu reduzieren beginnt, dann dürfte das mittelfristig gravierende Probleme haben, Folgen haben. Dann ist Gefahr für die Demokratie, die Zivilgesellschaft und die Medien insgesamt im Verzug. Unstrittig dürfte sein, dass hier gutem Journalismus eine besondere Rolle zukommt. Wir fragen, ob und wie er diese Aufgabe wahrnimmt. Liebe Gäste, Journalismus zwischen Morgen und Grauen, das Thema der Tagung, beschreibt ein weites Feld und erfordert eine ordnende Hand. Wir freuen uns, dass uns die Journalistin und Publizistin Silke Burmester zur Seite steht und heute moderiert. Früher hatte sie in der Taz eine gefürchtete Kolumne als Kriegsreporterin, heute eine geschätzte Meinungsklosse als Medienkritikerin beim Deutschlandfunk. Liebe Frau Burmester, herzlich willkommen und viel Erfolg beim Schlagen von Schneisen durch das Dickisch der Themen, die es heute zu beackern gilt. Und danke, dass Sie den erkrankten Thomas Leif heute hier vertreten. Verehrte Gäste, gestern ist ein neues Buch erschienen. Die Meinungsmaschine heißt es. Der Verlag schreibt, ich zitiere, Die Autoren steigen in den Maschinenraum der Medien, legen die Innereien der Meinungsmacher bloß, ergründen, wie sie funktioniert und wer sie steuert. Mit scharfem Blick, so heißt es dort weiter, beschreiben sie die Meinungsmacher von heute, Analysieren, wer uns welche Informationen liefert und wem wir noch vertrauen können. Zitat Ende. Als ich diese Vorankündigung las, bin ich direkt auf das Team zugegangen und habe es für heute eingeladen. Petra Gerster, die Autorin, hat Dienst beim ZDF, aber Christian Nürnberger, der Mitalter, hat zugesagt und ist heute hier. Lieber Herr Nürnberger, ganz herzlich willkommen bei der OBS. Ich habe Herrn Nürnberger gebeten, den inhaltlichen Aufschlag für den heutigen Nachmittag zu geben. Wir hoffen, dass Sie jetzt die Vorlage für eine muntere Diskussion schaffen. Allen einen schönen Nachmittag, eine spannende Veranstaltung. Danke für die Aufmerksamkeit, unsere medienpolitische Tagung 2017 ist eröffnet. Herr Nürnberger, Sie haben das Wort. Herr Nürnberger, Sie haben das Wort.